wir sind eingang mit sicherheitskamera und so ja da hatte ich gemeint da könnten wir jetzt rein ja da bin ich jetzt ich bin ja ich bin ein schritt reingelaufen ja dann wartet bitte wer starften hier ich nicht ich hab aber der ich hab ich hab was ich hab irgendeiner von euch vorverbände ja ich hab ich hab richtig cool aus allerdings ach so du meinst du meinst im spiel ich bin halt ich bin halt super low ich hab nur ein dritter ap wenn überhaupt ja warum warum hast du jetzt warte mal ich hab keinen verband mehr ich hab meine verbände aufgebaut habe was hingelegt irgendwo hinter dir ich droppe noch pilze sie aufgerufen ich glaube ich war das durch das mal wie geil sieht das aus jedenfalls habe ich einen haufen youtube shorts hier schon aus dem paar minuten allein wie ich total verrückt weglaufe vor seiner komischen spinne hat das doch auch schon gespielt ich dachte du hast du nicht gespielt ne ne ist mein erstes mal mein erstes mal mit euch beiden das ist mein erster dreier hier hier gibt es was zu tun hier kann man wieder hier kann man wieder analysieren hier ist was hier ist was hier ist was vor mir ist was ok chill 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 auch mal analysieren oh ok ich hätte es vielleicht nicht reden sollen ich höre dem einfach wieder nicht zu ja lass mal zuhören weil sonst verpassen wir uns alle referenzen zu den irregularen covalent smpi 42z particle 2 smpi 42z rau science order received raw science identified does it require cooking what the fack what the what the no 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 none of those categorization that answer is not permitted according to health code standards governing the handling of raw food items ok 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 gut mhm was ist das hier ein mini und wir gehen weiter neue ideen Sackfänger Smoothie Küche Spinnenrad Eichelzaun Eichelzaun und ein Gartenbeet wow hier sind ganz viele Sachen geil ein Gartenbeet was ist hier ein Saftlager loot 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 geil loot ist immer gut Eichelzaun Hey Robo ich helf dir Hier ist Burgl beim Aufstehen Gleif die Burgl Warte mal ich hab was gefunden ich hab hier Vergrößerungstest 45 Ja warte macht schon wieder andere Sachen Ja der Burgl hat um Hilfe gerufen ich musste dem helfen Wir müssen zu dem Roboter hören Ich bin B-B-B-B-B-Burgl B-B-B-B-Burgl B-B-B-B-B-B-Burgl Ich bin auch ein Robot Oh Eichelzaun Boah Wale ist so ungeduldig Wie kann er eigentlich essen? Oh wie süß Und jetzt? Chatzen Wale Wale Ich merke seinen Schnauzer Ich mach das auch Die Regenbogenfarben kommen cool Ich bin ein 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 focusierfähig B-B-Borde How can I be of service? You are here, in the Oak Lab. Im Eichen-Dabor. Oh, das ist geil. Und Walle. Ja! Was hast du schon mal? Er guckt doch nur, was es hier so gibt. Ja, aber ich krieg das halt halt nicht mehr mit. My initial protocol was to serve as the short order cook of the future. However, I have been recently promoted to acting science manager. To assist with his... Okay. I am sure this all must be very disorienting for you. Okay, it's gone later. Yes, he's on tape. One success after another. I have returned Burgle to his original size. It appears that my new raw science containment field is working at 99% effectiveness. Leider. 98,5%. Right, Burgle right. Und wir können dann hier die Tür öffnen gleich. Hier kann man irgendwas machen mit der Hand. Und... Ja, bei mir... Ich muss noch mal mit... Quatschen mit Burgle reden. Bei mir. Ich auch. Was ist dieses Geschichte? Oh man, Leute. Oh, ne. End recording. Ähm, hier können wir die Tür öffnen. Ich würde gerne ein paar Messungen für meine Familie schreiben. In case, Dinge nicht wie geplant gehen. Achso, da waren wir schon, oder? Ne. Ja, aber hier kommen wir jetzt irgendein ASDL-Computer. Ja, der Burgle macht jetzt hier das Ding hier, oder? Ne, ich mach das. Oh, was ist das hier? Wir machen ein Handscanner. Da waren wir schon. Hä? Doch. Oh mein Gott. Ja, wir kommen, wir kommen. Alles ein bisschen verwirrend. Biometrische Scanner. Aber... Ich kann es nicht machen, hier steht offline. Na deins, okay. Oder ein Superchip. Hier, jetzt kann man den an... Ah, jetzt kann man den anrufen. Hier, den ASL-Terminal daneben kann man jetzt... Ansprechen. Äh... Ja, sprich mal, Walle. Wissenschaftsladen. Kochen für Anfänger. Schmiede. Ich kann eine Schmiede machen. Boah. Das kann man jetzt mit gewissen Punkten, kann man jetzt einkaufen hier. Was? Fackelverbesserung, Kiesel... Seht ihr das auch? Ja, ja. Ja, ich schau jetzt in deinem Stream gerade. Geil. Mehrgeschüssige... Was war... Fackelverbesserung... Ich würde gut überlegen, was für ein Ding sind. Kochen für Anfänger. Oh, hier draußen liegen noch mehr Sachen. Hier liegt noch so ein Tape draußen. Kommen wir da raus? Mhm. Aber warte mal noch. Ja. Jetzt wird es grad zu viel. Das ist Burgle Aufgaben. Quests. Boah, es gibt Quests? Alter, geil. Dann kann man Quests ihm geben oder so. Nein. Soll ich dir mal eine... ...Quests geben? Ja, gib mir eine Quests. Bitte nicht... In der Burgle Ship Grabraub. Ja, mach mal. Herstellen. Kleehaube. Ja, das machen wir. Große Eichen. Ja, ich hab das mal alles angenommen. Hm. Hä? Was ist denn? Wo kann ich die jetzt sehen, die ganzen Quests? Ich will be serving you today. Ich specialise in Cooking, Flipping und Drilling. Hm. Weil die nicht? Bei, ähm... Space und an Aufgaben. Äh, nicht Space, sorry. Tab und an Aufgaben. Ja, ja. Top. In dem sein Schnurrbart ist dem sein Logo. Das find ich voll cool. Oh, irgendwie will ich hier raus. Das stresst mich ein bisschen. Das Labor langsam. Ja, ich weiß nicht was, was der jetzt die ganze Zeit hier macht. Hol'n Superchip. Naja, es könnte das Hackenlabor, genau. Nach Hause gehen. Ich glaub eh, dass es dunkel ist draußen. Äh, ne, ist halb sechs. Geht nur. Geh ich jetzt raus und geh weiter rein? Du bist voll ernst, sagst du? Ich hab keine Ahnung. Ich lauf ja auch irgendwo und hab das Gefühl. Naja, ich bin draußen. Ahaha. Bin auch draußen. Lass mal hier jetzt weg. Wegen der, wegen der Spinne. Boah, wo bist du dann, wenn du nicht draußen bist? Drin. Waaal? Trink was und stirbst du. Hm, das ist gar nicht gut. Ja, auf dem Heimweg müssen wir halt ein bisschen... Weil da ist ne big Spinne hier rechts, sagt du. Wir müssen ganz vorlaufen. Das ist echt cool mit dem Umgucken. Das gefällt mir voll. Gruß von Schlaffi an euch beide. Danke Schlaffi! Zurück Schlaffi! Oh, das sammle ich nochmal noch schnell hier mit. Verpasst. Ja, das Ding ist, ich bin halt fast tot. Ich muss jetzt hier trinken. Wieso bist du denn immer tot? Scheiße. Aber ich nichts zu trinken hab. In 50 Sekunden bin ich tot. Komm her zu mir. Komm her zu mir. Obwohl ich weiß nicht, ob das Wasser ist. Aber wir probieren müssen. Ich hab auch noch so einen Saft oder sowas. Ja, ja genau. Tau und so. Hast du? Oder soll ich die geben? Okay, das bringt minimal was. Okay, ich hab immerhin. Okay. Ja, bevor du stirbst, sag Bescheid. Ah! Fantastisch. Hast du geschrien oder? Wir laufen halt wo lang, wo wir noch nie waren. Euch ist das bewusst? Ich weiß nicht, Torben ist da vorne. Nein. Und hinter uns ist eine Spinne und wir laufen nicht zur Base. Achso, halt, das ist dein Waymarker. Ich dachte, das wärst du davon. Schaut mal kurz an dem Außen. Nicht so rechts Richtung Wasser, weil da wo du langläufst ist eine Spinne. Maybe bin ich gerade über eine Spinne gestolpert und als ich ... nicht gemacht hab. Maybe. Aber ich hätt's euch natürlich nicht. Aber eigentlich bin ich sicher, ich hätt euch das gesagt. Wir müssen ... Wir gehen zur Dose. An der Dose vorbei. Ja, 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 ja. Aber ich trinke es halt auf eins. Ich bin ... Ja. Ich bin voll ausgesoffen. Voll bis oben hin. Passt uns oben an der Dose treffen. Was sind alle da? Okay, soll ich dir noch was geben, Warte? Jetzt so bestimmt ein paar Tropfen oder so, oder? Wir müssen doch irgendwie Tropfen haben, oder? Hier ... ist ein Stein. Nein, hier ist ein Tropfen auf dem Pilz. Hier ist ein Stein. Trink heute. Trink euch, Stein. Jetzt noch mal ein Tropfen, wenn ihr auch was trinken wollt. Ich bin wieder cool. Oh ja, ich brauch auch was. Oben auf dem roten Pilz, auf dem Fliegenpilz. Wow! Ich hab nie gesehen, was die Front der Boxen wie vorher. Lemon Kron. So. Ah, catchy Name. Tom. Wir müssen kämpfen. Ich weiß nicht, was es ist, wir kämpfen müssen. Okay? Na, laufe. Ja, easy. Die kriegen wir. Oh, es kommen noch. Jetzt so. Das ist kaputt. Ihr habt den ... haut den nicht mit dem Speer. Ihr haut alle mit der Axt auf die Viecher ein. Hä? Ich hab meinen fucking Speer in der Hand. Was willst du von mir? Ja, weil ihr das instant abgebaut habt. Und das stand nicht bei mir. Ich muss noch Wache wechseln. Ah, Leute, ich check's langsam. Ich check's langsam mit diesem ... Man hat ja links unten so'n ... Ich hab irgendeine Bedrohung. Äh, ich glaub so. Da ist noch ne laufe. Man hat auch links unten dieses Haus-Symbol. Und dieses ... Boah, der macht übel, der mit Showly. Hab ich recht? Der macht richtig viel Schaden. Wie der mich schlägt einfach mal. Sorry. Ja, lass mal nach Hause gehen jetzt. Weil es wird jetzt bald Zeit zum Schlafen. Ja. Ja, aber jedenfalls. Ich hab's jetzt gecheckt. Aber jetzt haben wir keine Zeit. Oh ja. Den Tropfen brauch ich. It's getting dark. Du bist sauber. Ein bisschen. Irgendwas hinter mir gehört. Yo. Ich bin weg, Anna. Irgendwas verfolgt mich. Ja. Ich renne. Hahahaha. Hahahaha. Ich werde immer voll. Mami. Oh mein Gott. Hahahaha. Das ist mein Metall auch fast voll. Das passt. Das ist gut, wenn man jetzt zurückkommt. Echt voll. Ich habe noch 100 cm vor mir. Echt 900 cm. Hier sind die vollen 30 cm. Oh mein Gott, hier ist Wasser. Ich muss eine Kleehaube bauen. Habt ihr dieselben Quests wie ich? Ja, ich glaube ja. Oha, da leuchtet was im Wasser. Ich will jetzt irgendwie reintauchen. Aber ich glaube, das ist nicht so gut. Ich glaube, das ist XP für die... Wer heißt? Äh, Wissenschaft. Ich hab's kurz getan. Science. Science. So. Ah, das gute alte Lager. Hm. Oh, wir können einen Basketballkorb bauen. Super cool. Mhm. Ich hab super viel Saft. So. Ich kann hier auf jeden Fall mal noch eine Eichenplatte. Eine Eichenbrustplatte mit bauen. Maden... Nee, Eichen... Bein... Panzer kann ich mir aufbauen. Nee, kann ich nicht bauen. Warum nicht? Weil ich keinen Seil hab. Seil muss ich mir... Ja, Seil ist das einfachste. Ich brauch Kleeblatt. Haben wir noch Kleeblatt? Äh, ich hab Kleeblatt gesammelt. Aber ich... Ich will jetzt auch erstmal gucken, was ich bauen will, ja. Ist okay. Wie du hast gesagt. Ich mach jetzt aber noch nicht... Ich bin noch nicht... Besser. Oh, guck mal jetzt. Da gibt's dann... Da gibt's dann wohl auch... Da gibt's dann wohl auch... Da gibt's dann wohl richtige Rollen dann hier bei den Dingen. Weil wenn ich jetzt schau... Wenn ich jetzt eine Eichel-Gesichtsmaske mach, dann bekomm ich Bedrohungserzeugung und schwere... Und es ist schwere Rüstung. Das heißt, es ist so Tankbier sozusagen. Uh... Und dann gibt's natürlich sowas wie die Augenklappe. Das bringt dann plus Schaden und sowas. Ja, die Madenbrille macht Ausdauer und so. Ja, das ist cool. Also gibt's dann verschiedene Rollen sozusagen. Gefällt mir irgendwie ganz gut. Oh, ich hab jetzt aber auch Eichen. Ich bin dafür, dass wir... Unkrautstänge können wir noch nicht abbauen. Scheiße. Ich hab jetzt mal die Quest gemacht. Ich hab mal die Haube... Oh, Leute! Ich mach'n... Ich mach'n Wasserbehälter, ja? Ja, das kannst du... Warte mal, du brauchst... Du brauchst die nicht bauen, die Eichel-Geschichte. Ich bau' dir das. Ich geb' dir deine Eichel. Welche Eichel-Geschichte? Ich werf' hier ne... Ich werf' hier ne Eichel hin. Und noch eine. Hier vor mir. Für wen jetzt? Ist egal, wer das auch immer will. Ja, weil ich dieselbe behalte Klee-Sachen. Hier vor dir sind die Eichel-Geschichten. Warte, ich bin... Warte, ich muss kurz beim Inventar lernen. Ich bin zu voll. Was ist Eichel-Geschichte? Ich will aber... Ich will da eigentlich Bogenschütze nachher machen. Aber... Ja, gut. Ich mach' ähm... Wasserbehälter. Uhlala. Was bringt Klee... Ist genü... Was ist genügst... Was bringt, bist du... Hast du nicht so viel... Was macht der? Wasserbehälter? Der sammelt Wasser, oder? Was der macht? Crazy. Der sammelt Wasser, ja. Also ich hab' das jetzt hier nicht hübsch angerichtet, weil ich jetzt auch nicht glaub', dass das... Falls wir da länger spielen, dass das jetzt unsere krasse Base bleibt, aber... Ja. Ich glaub' ihr seid jetzt auch nicht so krass auf... Schönheit aus. Allerdings. So schon. Das werden wir doch nicht mit dir spielen. Wieso wusste ich, dass das kommt? Ich bin voll auf Optik. Äh, wir bräuchten noch mehr von den... Äh, Dingens. Oh, ich hab' ne Larvenklinge. Kann ich bauen. Eimern. Was? Eimern? Eimern. Den Behältern oder den Truhen. Achso. Äh, ja. Ich glaub' ich kann noch eine machen. Moment. Äh... Warte mal, es gibt eine Kiste und einen Korb. Dann mach' ich noch eine Kiste. Ah, da... Haben wir vier Eichelschalen? Ja. Wie über viele. Wo dann? Ah, hier drinnen. Äh... Warte mal, da tue ich mal das eine Fleisch herbraten. Das ist eh gar nicht. Schiede. Sackleuchte. Mach' ich hier... Ähm. Eine Vorratskiste. Ich zerlege verschiedene Beteile in seine Bestandteile. Das ist eine gute Vorratskiste. Ich kann hier nix bauen. Was macht nix? Ein Barsrebelkorb können wir bauen. Sehr gut. Ja, finde ich auch. So. Wir haben jetzt eine große Kiste und einen kleinen Korb. Vielleicht tun wir den Korb irgendwie so Essenssachen und in die Kiste alles andere? Mhm. Können wir machen. Ich bin da... Ach, Hitze wär jetzt echt stolz auf mich, merk' ich. Weil du sortierst? Ja. Ein Wasserbehälter. Können wir hier einen Wasserbehälter machen? Haben wir doch schon. Will ich doch schon. Wieso? Keine Ahnung. So ein... Ey, das war da, wo ich gesagt hab... Die ganze Zeit hier im Menü... Wo ihr euch so lustig gemacht habt, dass ich danach frag, was ein Wasserbehälter macht. Ich hab grad ein bisschen... Brain of Guy hab grad ein bisschen... Äh, im Menü rumgeklickt, was das alles so Neues gibt. Überall erstmal die ganzen... Tausende Ausrufezeichen wegmachen. Ey, wieso hab ich so viele Ausrufezeichen? Übel. Also ich schau, dass ich jetzt... Dass wir dann diese... Das Ding links irgendwie so Saft und... Fleisch und... Keine Ahnung. Dass wir rechts irgendwie so die ganzen Sachen zum... Oh, das ist ja riesig, das Ding. Ups. Kann ich ja leider... Ich hab hier... Will hier so nen netten Seidenseil machen. Er hat auch so ein Zeichen. Ja... Herstellungsanforderung Spinnenradar, ja. Aber wie kann man da jetzt Ding reinmachen? Hä, das sammelt doch... Äh, Wasser reinmachen? Das sammelt Walle. Du das automatisch sammeln, bist du sicher? Ja, ja, klar. Wir brauchen so ein Püriergerät. Wir bauen mal eins, was? Ja, wegen Essen machen, ja. Püriergerät brauchen wir... Dann bau doch mal eins. Püriergerät? Ja, oder ein Spinnenrad. Bei Spinnenrad brauchen wir Eichelkappen einen Haufen. Ton. Okay. Das ist schon ziemlich vieles dafür, sehe ich das. Ja, lieber. Aber wir haben einen Haufen Eichelkappen, also die Eichelkappen nicht mal mit. Ich brauche auf jeden Fall mal mehr Verbände. Saft und... Nein, ich gebe jetzt alle meine Eichel... Ich gebe alle meine Eichel zu euch, hey. Oh Gott. Ähm... Ich brauche noch etwas mehr Armour. Ich brauche noch etwas mehr Armour. Ist schon spät. Ja. Ich bin bereit für Ema. Hallo, ich bin so schlafen. Boah, ich muss... Hast du gehört? Gleich. Gleich, Walle. Wir wollen noch eine Folge. Ihr macht das doch weiter. Ihr könnt direkt nach dem Aufstehen weitermachen. Aber sonst wird das nichts mit dem Schlafen. Okay. Ich bin im Bett. Oh Mann, das ist wie damals bei Mama, ey. Hey, ab zu Bett. Oh nee, ich will nicht. Ein bisschen mehr. Ja, guck mal. Wir haben schon voll verschlafen. Hahaha. Ich hätte einfach nicht geschlafen. So, und schaut, jetzt ist nämlich... Jetzt ist nämlich schon ein bisschen Wasser... ...drin. Man sieht es zwar nicht, aber da steht trinken theoretisch. Ja, aber das habe ich auch vorhin gemacht. Da kam... Ist leer. Ist auch leer. Hm. Das ist seltsam. Hey, der Tropfen ist gerade... Der Tropfen ist gerade verschwunden. Das ist cheating. Das ist cheating. Ja, meinst du nicht, dass man den irgendwie hinstellen muss, dass da oben auch was... Dass da was reinfallen kann. So theoretisch. Jedenfalls. Also man kann es ja Gott sei Dank verschieben. Was ich echt gut finde. Ähm, aber... Ich weiß es nicht. Ein netter Rüsselkumpel. Was? Ein netter Rüssel. Ein netter Rüssel. Wo ist jetzt... Ich brauche trinken. Trinken. Ja, ich auch. Ja, ich auch. Oh, ich auch. Ich wollte nur kurz kurz noch gucken. Ja, jetzt trinken. Aber wie komme ich da hoch? Muss ich werfen. Das war ruflich. Das war ruflich. Wie kommt jetzt mein Sperrer wieder runter? Hm. Dieser Wassertruppen wie weit der immer wegrollt. Sieht ihr euch schon wie Peter Pan? Was? Nee. Oh, Peter Pan. Äh, wieso Peter Pan? Verstehe ich auch nicht. Achso, weil... Passt eigentlich nicht, oder? Also... Ja, also ich meine, Peter Pan ist auch nur ein Erwachsener, der im Körper eines Kindes rumfliegt. Aber wir sind ja... Ein Kind, das... Mini-Mini. Wir können ja gar nicht fliegen. Das ist ja überhaupt nicht. Passt du gar nicht, ey. Voll am Blatt. Also wirklich. Wir haben halt Fehlinformationen hier. Oh, ey, ich kann ja... Ich wollte gerade sagen, ich könnte hier oben rumtanzen. Oh ja, Wissenschaft! Was hast du denn gefunden? Einfach so ein lila Blobbel in der Luft. Den ich einsammeln konnte und dann haben wir diese Punkte. Also die kriegen wir ja alle. Wenn man sie wieder in den Arm kauft. Oh, oh, was hab ich hier gefunden? Oh ja, da ist was. Das ist ein Ameisenhaufen. Okay, 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 okay! Oh, la, 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 la! Okay, 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 okay. Was ist das? Okay, maybe sind Einzelne von denen ... Jetzt hau ab! Wie viel HP hatten das wie ich? Weiß ich nicht. Gefeit mal. Ja, schon viel, glaub ich. Ja, easy schaffen wir das, easy. Okay, doch nicht. Cool. Ich hatte einfach nur Angst, das war so ... Ich hab halt so gesehen, okay, das ist ein Ameisenh arrivier. Ist die Frage, ob das so gut ist. Und dann kam da so eine Fette raus. ich brauch nämlich diesen Ameisenzeug hier ist noch eine fette schaut auf euer leben ja müssen fokussen nicht wie ich Aua ich mach dich klein ich bin fast tot leute ich muss hier kurz weg also ohne Scheiße ich hab keinen Verband ey weißt du wie viele da gerade ich bin tot sonst da kommen unendlich viele raus wir müssen laufen 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 das war ganz dumm ja ich wollte gerade sagen es war total klug das genau neben dem Bau zu machen ich hab jetzt gerade mein Schwer weggeworden nein ich hab kein Pflanzenfaser kann mir keinen Verband machen folgen uns ein bisschen ok die eine die mach ich noch oh shit ich muss erst mal zum Lager zurück wo ist das Lager? ja ich bin noch im Lager weil ich mein Leben ist auf Null ich bin ja auch im Lager und ich hab keinen in der Pflanzenfaser mehr ok bewaffnete Kinderbande deswegen Peter Pan ich denke bei dem Spiel eher an Ant-Man und an Peter Pan oder Tinkerbell also das Ding hier fühlt sich irgendwie nicht mehr alleine wie das Gefühl ja ich lese nochmal was dabei stand Wasserbehälter die ausgehöhlte Eichel fasst bis zu sechs Trocken Flüssigkeit der vielleicht ich hab halt gedacht die fängt das ihr wisst schon wie ich das meine oh mein Gott Saftfänger aber Saft und Wasser ist ja auch was unterschiedliches also es gäbe noch den Saftfänger den können wir allerdings noch nicht bauen weil wir haben noch keine Unkrautstänge ja doch die können wir holen nee wir hatten doch auch nicht die bessere Axt das ist einfach nur die Pusteblume umhacken und dann das was da rauskommt ja ok dann chillen dann hol gleich mal ein paar mehr weil dann können wir noch ein Gartenbeet machen ich muss erst mal gucken wo die Pusteblumen sind ich komm mal mit dir tschüss Tom ja dankeschön Samia war alleine da lacht sie das klingt ja Spaß übel ey übel so war ich wo war denn jetzt ne 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 das wollte ich alles nicht bauen wollte auch das nicht bauen Unkrautstänge hier liegt noch eins ist das dein ernst dass du jetzt gerade versuchst du dein Ding auf zu essen was wo ist denn so zuhause da der ist dann unser zuhause da Walle da Walle aha ich wollte auch mitmachen warte was ist denn es hier mit dem Unkraut ja ich wollte ja eigentlich helfen und irgendwie auch was mitnehmen aber ich war wohl zu lang wie der lag noch ich weiß halt nicht wo ich war halt noch nicht da wo du warst ach 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 ne komm jetzt gleich wieder ach ach ne ich hab eins gefunden ach ne ja was ist denn jetzt hier jetzt chill doch mal ich brauch eh nur ein bisschen mehr ausdauer ist aber richtig im Arsch so ein Saftfänger oder was das ja warte ähm Saftfänger eine Eichelkappe zwei Unkrautstänge und grobes Seil Eichelkappe hier liegen ganz viele Unkrautstänge ja ja die müssen wir auch noch haben ja haben wir und soo grobes Seil mach ich noch schnell genau jetzt trinken aber wirklich jetzt habe ich nicht genug du 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 hier war noch ohne überall Ebelton da ist ein Tropfen rum 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 Meke ich hab nicht genug von dem anderen Zeug ganzen Fasern ja Tier 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 komm Speer komm hinab komm Speer das ist der erste Mann der nach dem Speer schreit ja der hängt immer am Baum da dauert es immer 10 Sekunden oder so bis der runter kommt gut nicht gut wie auch immer Ebel was ist denn jetzt gerade was ist denn jetzt gerade der Plan eigentlich ich fühle mich gerade irgendwie so ein bisschen lost äh hast du noch ein Seil für mich ein Seil gibt es gar nicht bei mir in der Nähe ne Pflanzenphase ja ja ich sammle gerade ich wollte nur ne Aufgabe geben warte die Frage ist was was ist denn jetzt gerade die nächste Aufgabe die wir jetzt gleich machen ähm ich würde sagen wir gehen jetzt gleich nochmal sorry wir gehen jetzt gleich nochmal zu dieser Dose weil da in der Nähe ist was welche Dose ähm da wo wir vor der Spüte weggerennt sind ähm da wo wir vor der Spüte weggerennt sind ähm da die die ok ja können wir machen ja ja können wir machen weil da ist nämlich glaube ich nochmal so ein Labor das würde ich gerne entdecken ähm ich baue jetzt noch schnell dieses Ding endlich oh endlich Saftfänger so das Problem ist ich glaube den Traum mal nach ja wie ich muss diesen ja das ist schon mal aber der muss jetzt der muss jetzt über den über den hier über den den hier drüber oder ne obwohl ja ach siehst du das genau aber geh mal ins Inventar äh bitte in dieses Bauding und lies was beim Saftfänger dran steht mal wo ist das wo ist das neben dem Gebäude der Sache was für die Welt Smoothie Küche weil da steht irgendwas mit Baum und Wurzel und so nämlich macht ein oh nein es muss an dem Baum stehen kann das sein macht dann Saftproduzierenden Wurzeln essen Wurzeln aber du musst dann ja Produzierenden Wurzeln essen und das der Wasserbehälter muss diese Ausgabe erpasst bis zu 6 Tropfen Flüssigkeit ich glaube eher dass du da was reinmachen sollst ah ok ähm ja es kann sein dass da nur ein Vorratsbehälter ist oder dass wir das Ding nehmen oh da da komm schnell 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 es muss oh ich was kaputt ja ich ich hab noch die Scheiße in der Hand oh mein Gott ich bin da ich bin da boah das wird aber jetzt also ich glaube war denn das was vor oh nein oh ich fall hier runter wir brauchen die für einen Bogen weißt du ja ich bin nervös was ist denn hier los ich bin hier rumgeschmissen was ist denn passiert hier gerade du auch irgendwie ich total am backen alles ich pack auch ein bisschen wo ist die ah die fliegt da oben rum ja die ist da oben aber ich komm nicht hin ne schmeißt oh mein Gott schmeißt die ab mit dem Speer so weit weg ähm ja ok also diese Saftscheiße kann ich erst machen wenn wir näher an einem Baum sind das ist echt da ist noch eine ich hab sie wow geil Walle nicht schlecht benötigt ein Hackwerk ok Fliegenfels zweimal ah ich hab sie eben getroffen paar mal oh und sie ist weg 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 ok sie ist tot ich will ich will geil sehr schön ja wir brauchen die halt für einen Bogen herstellen ja 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 ich bin ja eher der Nahkampfer daheim ich brauch nochmal zwei und ein Sprössding dann kann ich einen Bogen herstellen kriegt hier nochmal irgendwo so eine Fliege rum brauchen wir nochmal hier jetzt oh scheiße ich sterbe ähm du musst essen du musst was trinken hä ne da war gerade ein komisches Zeichen ich muss was trinken sterben ist wahrscheinlich nicht so gut ne nur so Info am Rande ich kann jetzt nicht noch so eine Fliege kommen dann kann ich oh mein Gott dann kann ich ein paar Dinger bauen äh also einen Bogen bauen ich will ich so gerne auch Ton ne ja Ton also ich würde sagen Ton werden wir ein bisschen später ausfinden also halt wenn wir ein bisschen weiter weg gehen von der Base halt boah ich hab auch einen übel Durst aber hier ist übrigens so ein hier ist übrigens so ein Dings was du brauchst da wo du das ja wo der so Sachen produziert äh ne Wurzel ich bin grad so dumm nicht zu sehen da ciao bei der Elia 40cm ja mhm das also ich weiß ja also weil er so wo ist ne Wurzel so nah haben wir es auch gar nicht kennengelernt aber es stimmt so wo wo ah ne das war der W-Mark ja das ist so ein das äh zählt glaube ich nicht da äh da bin ich schon dran vorhin ok hä wo ist es jetzt eigentlich hin oh nein da oben fliegt ne Biene aber ich will doch ne Fliege oh nein als Walle dauernd meinte ich soll ihm helfen hab ich es dann weggeklickt und ich dachte es landet in meinem Inventar oh oh hä wo ist denn jetzt der Saftfänger hin ach nix 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 ah jetzt checke ich es ok ok der hat es wieder RESET da hast du noch gar nicht gebaut oder ok ok true tro eeh wo ist das umbrauchige Tatau so ich will einfach noch ne Fliege jetzt lass doch mal zu gucken dass wir weiter und die Perry finden die bestimmt du kannst die unterwegs nicht bauen die Sachen die du brauchst ja oder ich baue es naja wa es ist so umständlich oh ich hab nicht gefunden ich geh jetzt mal zurück ins lager diese Unkraut-Stängel in der Hand tragen muss. Ja, ich habe auch was gewurzelt. Ich bin eine Biene. Ja, wisst ihr, was wir machen? Das nächste Mal mit dem Unkraut. Lassen wir noch ein bisschen rumlatschen, oder? Oh, wir haben Fliegenfleisch jetzt drauf gemacht. Ich verdorste bei uns auch gleich. Ja, ich brauche auch Wasser. Dann holt ihr mal Wasser und ich gehe Wasser lassen, solange... Ja, rumlaufen. Hier ist zum Beispiel einer bei mir. Bei der Wurzel immer das so typisch. Ich bin ganz kurz auf Toilette. Okay. Hallo, Wallis-Chat. Und Torbens natürlich. Aber Wallis-Chat ist jetzt alleine. Ja, eben, das wollte ich gerade sagen. Okay. So, einmal habe ich getrunken. Noch einmal wäre noch ganz gut. Aber ich habe auch nichts zum Fragen. Warte mal, ich würde jetzt gerne mal irgendwie so ein... Irgend so ein Wasser... Ja, man kann eine Wasserflasche machen, aber uns fehlt noch dieses Maden... Oh Gott, hier ist ein Spindling wirklich weg. Uns fehlt noch Madenhaut oder so. Ja, ja, da habe ich. Ich bin jetzt gut. Ich brauche noch einmal. Ich bin aber so voll. Na, leerlich. Mach dich leer. Sag mal, dass hier kein Tropfen mehr ist. Ah, da. Sag mal... Frauen und Technik. Eieieiei, schaute, schaute, schaute. Hä, wieso denn Technik? Und Videospiele. Wow. Sorry. Nicht schlecht. So, jetzt machen wir mal ein bisschen, ein bisschen, ein bisschen Dings hier. Wir bereiten uns jetzt wohl. Wir machen jetzt Essen, machen Verbände. Schmeißen jetzt unbedingt Brust. Wenn ihr was zu essen braucht, ich habe was im Vorratskorb gepackt, was ganz schnell ganz doll gegessen werden muss. Ich bin... ziemlich cool. Ja, aber das ist sonst... Ja, ach so. Ja, dann... Ja. Ja, esst es einfach trotzdem. Weil bevor es wegkommt. Ja, dann esst es. Bevor es wegkommt. Ja, du klingst wie so eine Mutter halt. Ja, nicht nicht analysiert, deswegen ist es ein rotes Ding. Was ist das, was ist das, was ist das, was ist das? Was ist das? Überstunde? Hä? Das Problem ist, dass es halt jetzt wieder dunkel wird, ne? Genau, deswegen. Wir bereiten uns jetzt vor und dann gehen wir schlafen und dann gehen wir am nächsten Tag los. Ach so. Machen wir nochmal einen Verband? Ja, Verbände müssen jetzt ganz viele machen. Erstmal. Ich kann zwei herstellen, das ist natürlich nicht so gut. Überstunde, die Kraft der Ameise in deiner Hand und wenn du das trinkst, kannst du gleich mehr schleppen. Das könnte ich machen. Was? Eher den... so einen Trank, dass ich mehr schleppen kann. Okay. Habe ich keine Pilze mehr? Habe ich die alle gefuttert? Naja, die findet man auf dem Weg. Futter, Ameise. Wieso kann ich das nicht... Ich kann es doch nicht herstellen. Nahes Lager. Zwei. Okay. Pflanzenfaser. Ich hole mir ganz viel Pflanzenfaser und kann ganz viele Verbände machen. Irgendwie einmal voll gestackt mit Verbänden. Wenn wir das nächste Mal losgehen. Niemand bekommt diesen jungen Mann ein Tisschen. Mal hier ganz viel reintun. So, 20 Pflanzenfaser. Ich kann immer noch nicht mein schönes, ähm, meinen Webstuhl bauen. Und auch nicht mein Püree-Gerät. Ich will mein Püree... Nee, mein Püree... Püree. 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 Zwei Pflanzen... Zwei Pflanzenfaser. Haben wir die noch? Hol ich die noch kurz. Eins und zwei. Hier sind noch drei Fliegenpelze dran übrigens. Wolltest du die nicht? Die habe ich da rein, dass wir die ein bisschen gesammelt haben, weil die sind ja aktuell noch sehr rar. Ja, aber die brauchen wir doch für seinen Bogen, habe ich gedacht. Naja, deswegen... Aber er hat trotzdem noch nicht alles, soweit ich weiß. Äh, ich glaube schon. Echt? Oh. Oder? Ja. Ich will danach auch einen Bogen. Jetzt brauche ich noch Distelstachel für Pfeile. Aber die hätten wir noch gar nie, oder? Nee. Also einen Bogen habe ich jetzt schon mal. Brauche ich für Pfeile, brauche ich da hoffentlich keine Werkbank, oder? Nee, brauche ich nicht. Okay, das ist cool. Wir könnten... Wir könnten Zeugs. Was? Wir könnten Zeugs. Haben wir jetzt nicht gesagt, in die eine Kiste nur Essen? Das ist irgendwie... Ah, habt ihr mit mir geredet darüber, was vorhin gehört? Ja, und das Kleine halt eher so... mehr so Essen-Kram und so trinken und so einen Scheiß. Oder halt so Saft und so, ne? Ich glaube, das macht halt Sinn. Oder vielleicht auch sowas wie Verbände, aber rechts würde ich so... Materialien eher... Das ist zumindest ganz grob. Na gut. Ich nehme mir das wieder raus, wo ihr alles reingeschmissen habt. Also Essen links, ne? Das war das Ding. Ja, Essen und Trinken. Essen ins Kleine, ja. Okay, ich habe... vorerst mal genügend Verbände. Ich habe jetzt 14 Verbände. Jetzt ist es okay. 14? Wow. Ja, sonst ist mir egal, wie du hier... Ich habe 0. Ich habe meine ganzen Ameisenteile. Ich finde es nicht gut. Torben, Alter. Ich habe 3. Aber ich habe auch nur 100%. Also, weiß ich. Jetzt! Aber wenn wir dann losgehen. Deswegen, wir bereiten uns ja jetzt vor. Ich will mal kurz gucken. Ganz viel Essen mitnehmen. Also, ich habe vier Braten zum Beispiel und noch einen Ameisenbraten. Ich habe jetzt ein paar Verbände und sowas. Aber wir bereiten uns jetzt richtig vor und dann geht es... dann geht es los. Los. Mhm. So rum war das. Hm? Komm mal dahin. Aber... Aber... Höh. Hm? Licht geht nicht. Mein Licht ist gerade außen wieder angegeben. Kommt komisch. Was ich so ein bisschen schwierig finde mit diesen Quests... Ähm, man sieht ja gar nicht, wo man hin muss. Also, selbst wenn man die markiert... Das ist jetzt nichts. Also, ich habe auch noch einen Riesending zum... einen Müsli-Riegel zum Essen, das ist so der Notfall. Mhm. Der gibt übel viel Essen, glaube ich. Mhm. Ähm, wollen wir dann, wenn wir geschlafen haben, zu der Dose nochmal? Wie ich gesagt habe. War das unser Ziel, oder? Äh, können wir machen. Ja. Ich bin ziemlich vorbereitet jetzt. Ich brauche nur noch ein bisschen Verbände. Wo kann ich die jetzt hermachen? Äh, du brauchst Saft und du brauchst... Genau, Saft hatten wir ja super viel geholt von da drüben. Pflanzenfaser kannst du ja auch easy. Pflanzenfaser ist... Eine Minute, dann hast du 20 Stück hier, wenn du immer ein bisschen kreisen kannst. Ja, der Saft ist leer, ne? Ist nichts mehr da. Keine Ahnung. Ich habe nur das genommen, was ich mit Nüterhalt hatte. Ich auch, aber ich meine, ich sage jetzt mal so, wer hat 14 Verbände, das ist Walle. Ah ja, ich habe ja auch alles mitgenommen bei den Eicheln, habe ich... Ja, aber gib doch einfach dem Torsten. Dem Torsten? Was? Der geht. Ich werde es ja auch noch hier klumpen. Ist okay, Anne. Der Torsten wird es dir verzeihen. Ja, aber komm, Anne darf nur nennen, wie sie Bock hat, ne? So ist das einfach. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Auch, oh Gott, auch, oh Gott ist okay, da wärst du auch nicht die Erste. Hier sind was zu trinken, bis bei euch. Help, ey. Sperrfall herab. Also, wie spät ist es denn? Ah, Unkrautschtengel. Das brauche ich. Ah, Unkrautschtengel brauche ich für was. Welche liegen welche? Siegen noch ein paar um, ja. Was war das nochmal? Also, ich will nachher irgendwann noch einen Garten bauen. Also, es gibt so ein Gartending. Kann ich dir den Set fallen lassen? Da braucht man das auch. Ich habe dir mal vier Verbände getroppt, Torben. Ja, nimm das mal, Torben. Und du brauchst übrigens einen Unkrautschtengel für dein Püriergerät. Ja, genau, die brauche ich für mein Püriergerät, genau. Aber dringender brauchst du, glaube ich, die Blütenblätter. Ja. Das wisst du ja noch nicht. Blütenblätter, wo kriegen wir die her? Oh, 20 Uhr ist zu früh, aber fast. Aber ihr habt ja ein Spawn auch auf eurem Zelt, ne? Schlafen. Ja. Oder? Ja. Ja.